Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde. Heute gibt es wieder ein Gewinnspiel. Ihr kennt das ja, die Gunnar Lindemann Mauspad Verlosung. Ja, und aufgrund der Anlässe, aufgrund der geheimen Geheimtreffen der AfD und aufgrund des Programmes der AfD, gibt es das Original Gunnar Lindemann Remigrationsmauspad zu gewinnen. Ja, ich habe extra 10 Stück dieser Original Remigrationsmauspads für euch herstellen lassen. Die könnt ihr gewinnen. Und was müsst ihr tun, um so ein schönes Mauspad zu gewinnen? Ihr müsst auf meine Webseite gehen, www.gunnar-lindemann.de über das Kontaktformular, dort schreiben, ich möchte an der Verlosung teilnehmen und natürlich euren Namen und eure Adresse angeben. Also bitte die Adresse angeben, wohin wir das Mauspad schicken sollen. 10 Mauspads werden verlost, Einsendeschluss, Sonntag, der 4. Februar, 18 Uhr. Der Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen. Ja, und für die Datenschutzbewussten unter euch, natürlich werden nach der Verlosung sämtliche Daten gelöscht. Keine Sorge, wir sammeln keine Daten. Wir wollen euch ein bisschen Freude machen. Darum 10 Original Remigrationsmauspads. Nehmt an der Verlosung teil. Ihr könnt eines von 10 Remigrationsmauspads gewinnen über die Webseite www.gunnar-lindemann.de Ich freue mich auf eure Teilnahme. Und wie gesagt, Einsendeschluss, 4. Februar, 18 Uhr. Und dann am Montag, am 5. Februar, werden die Gewinner ausgelost. Und die Gewinner bekommen dann automatisch das Mauspad zugeschickt. Darum vergesst nicht, eure Adresse anzugeben. Ich wünsche euch jetzt viel Glück.